Was ist die Arbeit in den AGs, in den Arbeitskreisen, in den Squads und insbesondere die E-Mail-Schlachten auf der Medienliste und die engagierten Diskussionen, die die Mammelsitzungen betrachtet, verfolgt? Dann wird man feststellen, die Piraten haben eine Wirtschaftskompetenz. Die müssen sich nicht verstecken, und zwar sowohl was die Problemanalyse anbelangt, das ist meines Erachtens ein sehr wichtiger Punkt, als auch was die Lösungsideen. Und ich glaube, gerade hinsichtlich der Lösungsideen sind die Piraten ganz besonders motiviert, beziehungsweise haben wir auch gute Ideen. Aber, wenn wir es nicht schaffen, diese Kompetenz auch nach außen zu vermitteln, nach außen zu kommunizieren, dann werden wir unsere PS nicht auf die Straße bringen. Der Punkt ist ja der, ich glaube nicht, dass wir ein Wirtschaftsprogramm haben sollten, um eine Lücke im Programm zu füllen. Werde das der Grund, dann sollten wir noch warten. Ich glaube aber, wir sollten ein Wirtschaftsprogramm haben, weil wir was zu sagen haben, weil wir wichtige Aussagen machen können, die hier gerade im Bereich der Wirtschaft dringend notwendig sind. Und genau aus diesem Grund, denke ich, brauchen die Piraten, sollten die Piraten in Bochum ein Wirtschaftsprogramm verabschieden. Und ich möchte darauf hinweisen, dieses Wirtschaftsprogramm als Grundsatzprogramm, was wir hier erarbeitet haben, ist nicht ohne wirkliche Geburtswege entstanden. Und zwar im Vorfeld der Eurikon, das war eine der großen Konferenzen, Europapark-Wirtschaftskonferenz in Hessen. Da wurden über 75 Arbeitsstände, Einzelne und Einzelanträge zum Thema Wirtschaft gesichtet. Das Ganze hatte in der Größenordnung von 70.000 Worten. Es wurden unzählige, unzählige Diskussionen und Bandsitzungen geführt, teilweise bis weit über Nachmitternacht. Ich habe mehrfach Sitzungen erlebt, da hatte man gesagt, okay, wir treffen uns am Sonntag oder am Samstag, 18 Uhr, dass es nicht so lang wird. Und dann haben wir aufgehört, Sonntag, 3 Uhr. Das war durchaus mitfällig. Wir hatten auch eine Umfrage gemacht, um nur mal einen Eindruck zu begeben. Das ist beispielsweise so der Arbeitsstand. Diese Liste ging, wie gesagt, bis 75 weiter. Hier sind dann die einzelnen Arbeitsstände, die sind dann aufgegrößelt worden in einzelnen Themen. Wir haben dann auch mit einer sogenannten Konkordanzsoftware analysiert, wo kommen bestimmte Wörter in welcher Kombination vor und gewissermaßen auch ein Gefühl zu bekommen, wie ist eigentlich die tatsächliche Lage, wie ist das Denken der Piraten hinsichtlich Wirtschaft und wirtschaftlicher Grundwerte. Beispielsweise, wenn man das Wort Nachhaltigkeit sucht, dann konnte man ganz genau feststellen und hier wusste man, aha, in diesem Text kam, kommt es 15 Mal das Wort Nachhaltigkeit vor. Und auf diese Art und Weise sind wir dann hier gegangen, um auch zu versuchen, in welchen Wortkombinationen kommen solche wichtigen Begriffe vor. Wir haben dann auch eine Umfrage gemacht und wie man an der Umfrage sieht, Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Das waren dann so die Top-Tippen. Das waren die Begriffe, die sich ja ausgeschildert haben, aus diesem ganzen Zusammenhang, aber auch Transparenz, Teilhabe, Verantwortung. Das waren dann die Kernbegriffe. Und aus diesen Kernbegriffen haben sich dann auch abgeleitete Werte entwickelt und beispielsweise auch gemeinwohlorientierte Wirtschaft, wirtschaftliche Nachhaltigkeit etc. Ich will sich nicht auf die einzelnen Themen jetzt eingehen, aber zum Schluss haben wir uns dann geeinigt und haben gesagt, es sind die Grundwerte, an denen wir unser gesamtes Programm aufziehen möchten und sollten. Deshalb die Grundwerte, dass man weiß, für was steht die Partei. Und ich glaube, die Piraten haben es geschafft, Dinge wie Freiheit und Gerechtigkeit oder Nachhaltigkeit nicht als Gegensätze zu sehen, sondern als Dimensionen, die den Raum für politische Politik aufspannen. Und zwar, denke ich, ist es auch ganz wichtig zu betonen, dass Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit das Fundament sind, auf denen sich individuelle Freiheit entfalten und unentwickeln kann. Wir haben dann das Ganze auch eingebunden in den Gesamtkonzept und haben gesagt, was wir brauchen ist, an der Spitze unsere Grundwerte, dass man sieht, dafür stehen wir. Auf der zweiten Ebene einzelne Visionen und Ziele, um zu sagen, das ist unser Kurs, dafür kämpfen wir. Das ist das, was uns Partei im Zweifelprogramm gehört. Und auf der dritten Ebene, das ist dann die Ebene der Arbeitsgruppen, der AGs, der Squads, die sagen, der Weg zum Ziel. Weil ich glaube, es gelingt nicht. Und ich glaube, auch die Wähler sind jetzt einfach satt, dass nur große Versprechungen gemacht wird und wenn man dann der Sache nachgeht, dass man dann feststellt, außer wohlklingenden Worten ist wenig dahinter. Ich glaube, die Piraten haben einmal die Kapazität und haben auch die Kompetenz, dass man tatsächlich ein Drilldown machen kann, von den Grundwerten bis runter zu den U-Details für die Umsetzung. Und ich glaube, das ist eigentlich der wichtige Punkt. Wir sind dann weitergekommen, wir haben dann einen Favoriten, der PA-444, der hieß ursprünglich, der Quadratur des Kreises, dieser Ursprungsantrag stammt von Carsten Weyhe, hat auch in Lippen-Stiegbeck mit 69 Prozent eine gute Resonanz gehabt. Wir haben dabei unzählige Anregungen und Diskussionen gemacht. Das Interessante ist auch der Prozess. Und zwar der Prozess in der Form, dass man gesagt hat, zuerst wurden die Anregungen Carsten Weyhe vorgetragen und der hat sich dann in den ersten paar Runden selbstständig eingearbeitet. Aber dann kamen noch Schlussrunden. Da wurde dann Satz für Satz, wurde dann auf demokratische Weise in den Gremien auch mit ständig wechselnder Besetzung diskutiert und geändert. Das heißt praktisch, diese unterschiedliche Art der Vorgehensweise ist, glaube ich, verantwortlich für die Art und Weise dann für das Ergebnis. Und das ist dann, wir haben das Programm dann in drei Module aufgeteilt, und zwar in Modul 0 oder der sogenannten Präambel. Und diese Modul 0 und Präambel, die lautet dann, Die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialordnung soll allen Menschen und der Gemeinschaft bieten. Traditionelle Kennzahlen, wie etwa das Proto-Inlandsprodukt oder die Wachstumsrate, die nur bedingt mit dem Wohlstand der Menschen und der Nachhaltigkeit des Wirtschaftens verknüpft sind, sollen daher nicht mehr alleinige Orientierungsgröße für die Wirtschaftspolitik sein. Das Leitbild der Piraten ist eine Ordnung, die sowohl freiheitlich als auch gerecht, als auch nachhaltig gestaltet ist. Da Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit universelle Grundwerte sind, wollen wir auch über den nationalen Rahmen hinaus auf die Berücksichtigung dieser Werte hinwirken. Ursprünglich, nur unter Werbung am Rande, hieß das Mittlerersatz, konsequent freiheitlich, konsequent gerecht, konsequent nachhaltig. Es hat mir sehr wehgetan, dass dieses konsequent weggefallen ist, aber so waren die Mehrheitsentscheidungen. Ich steige jetzt vor, ich übergebe jetzt an Matthias, dass er die nächsten Punkte, und zwar die Kurzfassung, dann das Ergänzungsmodul machen kann. Ich wollte jetzt auch erst mal nicht gleich weiterlesen, sondern noch mal ganz kurz innehalten. Der Arne hat zwar schon den Übungsprozess geschildert, wie er zustande gekommen ist, und wollte einfach mal fragen, wer aus der Runde denn am Bundesparteitag in Bochum gratis hat hinzugehen? Das sind doch sehr wenige, hätte ich mehr gedacht. Es ist so, dass, wie gesagt, da noch mit unserem Parteiprogramm, bei vielen Gesprächen ist festgestellt worden, was könnten denn jetzt die dringendsten Themen sein, die geschlossen werden müssten oder sollten. Und dann ist immer wieder auch die Gespräche mit Frejo, der auch auf dem Landesverband Hessen stammt, die Energiepolitik, die Wirtschaftspolitik und die Finanz- und Euro-Krise gemacht worden. Als drei Themen, die wir bestimmt bei allen Wahlkämpfen, die wir nächstes Jahr vor uns haben, die Bürger bei den Städten oder auch von Fragen werden, was meint ihr dazu? Es gibt dann Antworten, was wir uns jetzt unter den Medien brennen. Das ist natürlich keine vollständige Wisse, da kann man ja Soziales, Bildung und viele andere Themen natürlich genauso aufhören, aber in der Schwerpunkt liegt halt auf diesen Gebieten. Interessant ist, wie ist ein Entwicklungsprozess von so etwas? Wir haben ja irgendwie ein Spannungsverhältnis zwischen dem Individuum und dem Kollektiv, der Gruppe. Es ist interessant zu sehen, dass so eine grundlegende Idee, so dreidimensionale Räume, ganz nochmal zurückgehen zu diesem Bild mit den drei Emotionen, die kam von einer einzelnen Person, von dem Carsten Weil, der ist übrigens Dekan an der Technischen Hochschule in Darmstadt für Algorithmen und Informatik. Auch hier wieder interessant zu sehen, die Nähe von ihm zur Piratenpartei, dass das von einem IT-Spezialisten kommt, der also systematisch denkt. Er hat es dann alleine vorgebracht und Ard hat zurecht gesagt, es sind dann x Anmerkungen, die sind mit Feedback gekommen, die hat er integriert, dann hat er das den Agnys bekannt gemacht und dann hat er den Prozess begonnen, den er angeschrieben hat. Findet ihr, dass dieser Prozess, was original-theoretisch im neuen Sinne ist, dass der Verlauf so ist, dass eine Einzelperson kommt und dass es dann von vielen, vielen Leuten bearbeitet wird und dann zum Schluss einem Konsens entwickelt wird und beschlossen wird? Habt ihr eine Frage dazu? Wie habt ihr denn diesen Prozess dokumentiert? Also ist der für uns sozusagen, kann man sich den irgendwie runterkopieren und ähnlich durchziehen? Das ist in den Pads und auf den Wiki-Seiten. Da ist ja der Time-Verlauf dann nachprüfbar. Kurz schnell, was haben wir? Unter Versionen. Aber wir sehen uns erst einmal. Ich meine, wir haben, wenn wir nachher auch zu den zwei anderen Grundsatzprogrammen anwenden kommen, die ebenfalls in Bochum vorgestellt werden, und dann wird man sehen, dass da schon ein gewisser Unterschied ist, wie die anderen beiden Anwenden entwickelt worden sind und wie diese anderen anwenden worden ist. Gibt es da sonst noch einen Rücken-Anwenden dazu, und wie ihr euch das vorstellt, wie Anwäge auch an den Bundesparteien da gerichtet werden sollten? Ich verstehe die Frage, vielleicht nicht ganz rein. Ich denke, es gibt auch die Methoden, die es keine Leben mehr mit dem Spur und Tief haben. Also wenn jetzt jemand auf eine Bürgerbeachtung weist, kann man doch ganz gut... Oder, ich verstehe nicht ganz gut... Ich meine, soll es mit einer kleinen Gruppe einer Einzelperson eingebracht werden? Ich weiß gar nicht, es kann es eine Einzelperson sein, weil es gut ist, wenn es 100 Leute zu machen. Wie es sich ja gibt. Das Ergebnis ist wichtig. Also es war natürlich nicht eine Einzelperson mit der Beschäftigung, aber das ist ja sowieso auch... Das ist nur das einzige Grund, das ist nicht... Darf ich nur eine Einladung? Was meines Erachtens das ganz große Problem ist, wir haben zum Bundesparteitag, ich glaube so 500, 600 Anträge. Und ich bin der Meinung, dass das ein paar zu viele sind. Die können, egal wie, nicht abgearbeitet werden. Und deshalb meine ich, brauchen wir so ein bisschen, was wir im Qualitätsmanagement, im Prozess, der sagt, das ist jetzt zwar vielleicht eine super Idee, das würde ich auch so sehen bei dem Grundsatzantrag von Karsten Weyler. Deshalb wurde er auch aufgegriffen, aber ich glaube, es ist dann noch trotzdem wichtig, dass er von diversen Gremien, die sich in diesem Thema beschäftigen, dann wirklich Satz für Satz, von vorne, von hinten, in allen möglichen Richtungen durchgeguckt wird. Und nur so, denke ich, kommen aber vielleicht zu weniger Anträgen, die auch dann dafür auch schon vorgegangen sind. Ich gebe dem Allerrecht, wir machen unsere Anträge teilweise auch so, auf die Art, in den großen Poppen, Satz für Satz, nach dem Juristreis. Andererseits kommen auch Anträge rein, die von Einzelpersonen sind, die natürlich vor dem Partaktag zur Information, zur Meinungsbildung zur Verfügung stehen, dort im Städtenreich diskutiert werden müssen, weil sie schon so gut sind, oder die gar nicht diskutieren will, weil sie so schlecht sind, dann sowieso abgelehnt werden. Was ich allerdings, hoffe hier nicht, also ich höre es zwar raus, hoffe, ob ich falsch liege, dass sich aus der Art und Weise, wie ein Antrag erarbeitet worden ist, nicht ein Automatismus ergeben darf, der ihn zur Behandlung priorisiert. Ja, das klang jetzt schon noch ein bisschen zu, gerade weil, was nehme ich jetzt das neue Tränen gehen eigentlich für, nochmal, und das kann, finde ich, auch nicht der Grund, ob da irgendwelche Tränen in den Druck haben, sondern wenn schon, dann kann ich sagen, ja, das kommt jetzt Leute, mit der Arbeit, und das, finde ich, dann kann man auch, in meinem und meiner Meinung, durchaus, bei Grunde, ich glaube, da gibt es einen Satz, in dem Antrag, dass man sagt, es gibt eine Zukunft für die Zukunft, möglicherweise ein Programm drin, oder was zum Beispiel dabei ist, dass die müssen von, von und ab, irgendwie mal 30 Unterstützer haben, oder wie man es muss. Sowas in der Art, kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, wenn ein Antrag kein 30 Unterstützer findet, in unserer Internetverletzten Welt, wo er ein 30 Euro aufkommt, wo er vielleicht auch 30 Euro, dann glaube ich, dann muss man uns vielleicht wirklich nicht behandeln, aber das sind dann eine Krasse, die Führung, und nicht irgendwelche Klingeln, oder so, wo es sich da auch gleich mehr so gewisse Eigennamen, also, in allen Gruppen, jetzt haben wir Kuppen, die Nase vor und so weiter, muss es nicht haben. Ich denke, jede Theorie im Kopf ist gleichzeitig das Brett vor dem Kopf, und deshalb, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch sagen, wir brauchen Anträge, die von verschiedenen Perspektiven, aus verschiedener Sichtweise betrachtet wurden. Ich kann mir das nicht vorstellen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man irgendwas macht, und das sehe ich auch in Gefahr, auch bei diesen vielen Kundenkunden, kurzen Anträgen, ist der Gesamtkontext nicht bewahrt. Und das, glaube ich, ist nicht die Schwierigkeit. Aber, bitte. Ja, um das jetzt abwürgen zu wollen, oder so, wir sind nicht ganz klar, worauf wir hinaus wollten, ich würde das ganz gerne kennenlernen. Ich glaube, es sind sich alle einig, dass das, also, wie ihr das erarbeitet habt, und so, eine sehr gute Sache ist. Ich weiß noch nicht, also, ich würde einfach gerne einen Antrag noch hinlernen. Gute Idee. Wo sind wir im Leben? Wir sollten ja auch nur noch abdektieren. Ja. Wir haben das Modul 0 vorgestellt, und jetzt praktisch zum Modul 1. Wir haben ja den Vortrag, äh, den Antrag in einer Kurzfassung. Das heißt, es wäre Modul 0 und Modul 1, und dann nochmal Modul 0 und Modul 2 wäre dann die Langfassung. Aber bitte. Ja, Modul 1, Kurzfassung ist natürlich wieder, die Aufmerksamkeit beim Bundesparteitag sein wird, dass man eine relativ schnell nachvollziehbare Version anbietet, und dann später die erweiterte. Hier wird nochmal mit, wie gesagt, 1, 2 Sätzen versucht, die zwei, die drei entscheidenden Dimensionsbegriffe auszuformulieren. Das Freiheitlich ist eine Gesellschaftsordnung, in der individuellen Verhaltung des Menschen, wie wir sie im Grund stehen. Das ist sicherlich eine Aussage, die wir alle teilen. Sie sind durch das Gemeinwohl sowohl gestärkt, als auch beschränkt. Deshalb sind Freiheitlich verantwortlich und dann wir miteinander verloben. Das erschien uns sehr wichtig bei der gesamten Gruppe, um diesen Wind herzustellen, der sich noch abhebt von anderen Formen, wie einer reinen Vertragsfreiheit zum Beispiel. die oftmals dazu genutzt wurde, die einfach im Wirtschaftsbetrieb stärker die Vorteile zuzuspielen, um diesen Link einfach hier zu haben. Es ist natürlich schwer, die Dimensionen in zwei Sätzen ganz prägnant auszudrücken. Ich hoffe, es ist uns gelungen, aber da könnt ihr ja nachher noch was dazu sagen. Ich gehe jetzt erstmal zum Begriff für Recht weiter. Gerecht bedeutet, dass die Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Gesellschaft so gestaltet sind, dass sowohl eine Teilhabe als auch ein angemessenes Leben grundsätzlich gewährleistet werden. Ich gebe dir die Schwierigkeit, das ist in ganz kurz, aber hier ist es wieder ganz gut gelungen. Wir haben natürlich bei angemessenem Leben, glaube ich, damals die meisten Schwierigkeiten gehabt, wir wollten einige das deutlicher formulieren, weil wir das BDE ja auch beschlossen haben, beim Offenbacher Parteitag, aber es ist ja ein sogenannter Grundsatzantrag und die einzelnen Elemente, die die Kiradenpartei in ihrer Politik verwirklichen möchten, das werdet ihr noch sehen, die sind ganz einfach in den drei Dimensionen dann eins als Moldunus integrierbar. Insofern, wenn jemand das BDE hier in der Kurzversion vermisst, das ist bei allen Besprechungen bei uns eigentlich ausgleich ja befürwortet worden und als Produkt vorgesehen. Das möchte ich bloß hier gleich bei der Dimension gerecht anfügen. Nachhaltig ist ein auf Dauer anliegender, verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und der Umwelt. Die Haushalts- und Subventionspolitik sowie das Finanzsystem müssen den Menschen und der Realwirtschaft langfristig dienen. Da ist uns natürlich bewusst geworden, dass dieses Israeli-Wirtschaftssystem dem nicht entspricht. Das geht eigentlich seit Jahrzehnten noch viel länger so vor, dass es der Ungarn mit Ressourcen in dem Umwelt als unendlich ansieht. Scheinbar unendlich ansieht. Das ist, ich glaube, bei den drei Dimensionen ist die Nachhaltigkeit die jüngste. Das Problem, freiheitlich und gerecht auszubalanzieren, ist an meiner Überzeugung noch nie gelungen bisher in der Geschichte. von keiner Bewegung, von keiner politischen Partei. Aber es ist einfach wichtig, das durch den Göttingen nachhaltig zu ergänzen. Ja, jetzt möchte ich nochmal die Runde fragen, ob es die nächsten Seite vorgehen soll, schon gleich in die Anfassung gehen soll, oder ob es hier noch eine Frage umgeht. Entschuldigung, gerne. Also, ich habe das gestern schon fast gesagt, weil es gestern auch schon kam, die Vortrag über die Finanzkrise. Ich finde, die Realwirtschaft wird da nicht hin. Also, hier ist hier noch zudem auf derselben Ordnungsschule wie der Mensch selber, sozusagen. Das geht schon mal, finde ich, weil die Realwirtschaft ist auch nur wichtig zum Zweck und die soll auch nur den Menschen liegen. Und dann wäre auch die Frage, was ist eigentlich die Realwirtschaft? Das haben wir gestern schon in der Dichotomie, Finanz- oder Papier-Track. Die Dichotomie Realwirtschaft ist das Finanzministerium, was nicht. Aber der Punkt ist in meinem Raum, erstens, da schwingt immer normativ auch was mit. Da schwingt die Realwirtschaft ist gut, die Finanzwirtschaft ist böse, zumindest tendenziell. Finde ich auch schwierig. Was ist Realwirtschaft eigentlich? Katonkaufwerk ist eben ganz real. Wenn ich dagegen irgendwelche Papiere, also, dieses Gute und Böse gebe ich. Es gibt so Sachen, wo ich denke, dann sollen die doch lieber ein paar Papiere, sollen die doch ein bisschen zocken. Das Schlimme ist, das Ertung auf der Erde. Das ist nämlich real. Das wird man nicht haben. Und außerdem glaube ich, man kann es auch nicht hundertprozentig trennen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier was Schönes male und das findest du so toll, dass du mir hierherkaufen gibst? Ist es jetzt Realwirtschaft? Hauptsache ist Realwirtschaft. Ja, wenn ich jetzt, was ist jetzt, wenn man bitte jetzt ein Finanzkonto verkauft, wo du sagst, ich finde es, der Name ist so toll, ich kaufe es jetzt oder ob ich mir ein Gemälde mache und du sagst, ich finde es sieht toll aus, ich kaufe es jetzt. Die Trennung ist eigentlich ganz einfach. Die Trennung wird gemacht bei 100 den Volkswirten und zwar unterscheiden einmal den Finanzsektor und dann praktisch die Realwirtschaft. Das ist im Grunde genommen die Abgrenzung, die hier gängig ist und die hier Einbau gefunden hat. Und dann muss man dazu sagen, es wird ja auch die Finanzwirtschaft Bezug genommen. Und ich glaube, die muss man auch jetzt im Kontext sehen und der Kontext ist eher, dass der Finanzsektor sich selbstständig gemacht hat. Dass der Finanzsektor sich selbst aufbläht und durch dieses Aufblähen gewissermaßen Pseudo-Werte schafft, mit denen aber dann auch reale Müller gekauft werden können. Und das ist das, was man hier ausdrücken will. Man könnte sagen, auch Geld, ist eine gesellschaftliche Ressource und mit der sollte auch nachhaltig gut gegangen werden. Und ich glaube, es sollte klar sein, dass wenn wir immer mehr weiter im Geldsektor aufblähen, dass das dann praktisch der Realwirtschaft von dem, was wir letztendlich leben, nachhaltig schadet. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich halte diese Analyse für zu kurz, weil für mich hat es auch die Mobilindustrie genauso aufgelegt. die Realwirtschaft ist natürlich nicht in der Landwirtschaft anders. Ja, natürlich, es hängt, es geht mir hin, natürlich, aber dieses, ich würde es nicht richtig zu sagen, ja, jetzt hauen wir es mir in die Autopäne. Das ist ja das Klassische, wie auch die Politik dann agieren. Die sagen, hier, das ist falsch, wir müssen mehr Autos bauen. das Klassische, das ist ja das Klassische. Wenn man darauf hinweisen, dass da Rund steht, da steht, müssen die Menschen und der Realwirtschaft, da steht ja nicht ein Oder. Das heißt, ein Atomkraftwerk oder nur Autobahn oder sowas ist ja damit, also auch, wenn jemand beweisen, dass nur Autobahn und Atomwirtschaft jetzt den Menschen liegen, also es ist ein Grund, von daher sehe ich das problemlich. Aber das heißt, du kannst es doch nicht alleine Menschen liegen. Das muss man nicht auch der Realwirtschaft liegen. Das Grund liegt ja bei mir. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Wenn du Oder schreiben würdest, dann ist das bedingungslose Grundeinkommen sinnlos. Insofern kannst du kein Oder schreiben. Ja, es ist nicht. Nee, ich glaube kein Oder schreiben, für die Finanzwirtschaft rausbrechen. Aber es ist ja die Lehrwirtschaft. Das ist ja auch nicht. Also ich halte es tatsächlich für einen schwierigen Kategorienfehler, also, aber es ist halt das oberste kurze Zusammenfassende. Man könnte es machen die Haushalts- und Pensionspolitik sowie das Finanzsystem, und die Realwirtschaft müssen einem nachhaltigen Erhalt der Umwelt und des Fortkommens des Menschen dienen. Ja. Wir würden auch keinen Anspruch aufnehmen. Und damit, weil hier der Kategorienfehler, der hier stattfindet, ist genau das, was Erik gesagt hat, nämlich Menschen, Realwirtschaft ist ja auf einer Ebene, ist aber nicht so. Nämlich, wie du gestern schon gesagt hast, Arne, ist die Wirtschaft dazu da, auch die Realwirtschaft und gerade die, nachhaltig den Menschen zu dienen. Und das kommt hier nicht zum Ausdruck. Das halte ich für wirklich sehr missverständlich an der Stelle. Ich denke, da haben sich viele Leute eben in den Änderungsdiskussionen vorhin gesagt, auch darüber gestritten und wir werden das heute auch nicht in den Göttingen klären können. sagen, ich steige vor, einfach das so zu lassen, weil das sei eine Diktionsfrage, das stellt sich was anderes vor oder das Finanzsystem oder Realwirtschaft und vielleicht wird sich das später klären, wenn die einzelnen Module vorgetragen werden oder gibt es da andere Sicht da drauf? Das Interessante ist ja, die Kurzfassung ist zum Schluss entstanden. Dieses Modul 1 ist zum Schluss entstanden als Versuch der Zusammenfassung der Langfassung. Das heißt, zunächst mal wurde an der Langfassung gearbeitet und dann wurde argumentiert, was passiert, wenn die Langfassung zu kontrovers ist und keine zwei Dritten Mehrheiten gibt. Umso mehr würde ich sagen, lass uns mal die Langfassung hinlernen und vielleicht werden wir das anders sehen, als wir das ohne das gesehen zu haben. Okay, bei der Langfassung ging es jetzt darum, das sind die drei Begriffe, Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit näher spezifizieren. Und zwar haben wir dann gesagt, Verantwortung und Transparenz sind wesentliche Prinzipien einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Zweitens, regulierende Maßnahmen sind nur gerechtfertigt, wenn sie notwendig sind, um gesellschaftliche Ziele zu verwirklichen. Bestehende Regulierungen sind auf ihre Notwendigkeit und Wirkung hier zu überprüfen. Alle Regulierungen sind so einfach wie möglich zu gestalten. Gesellschaftliche Ziele umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Verbraucher umfassend und wahrheitsbetreu zu informieren, menschenwürdige Arbeitsbedingungen mit angemessener Bezahlung sicherzustellen, Gesundheit und Umwelt zu schützen, artgerechte Tierhaltung sicherzustellen, fairen Wettbewerb durch Bewertung und Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kosten sicherzustellen. Gesellschaftsschädigende Fehlentwicklungen wie beispielsweise Monopolbildung, Preisabsprachen und Unternehmen, die too big to fail sind zu verhindern. Das waren die ersten beiden Punkte. Ich komme jetzt zu den Punkten drei und vier und dann können wir nochmal zurückgehen und alle zusammen diskutieren. Freiheitlich bedeutet, Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben, Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ist ein wesentlicher Aspekt der Freiheit und persönlichen Entfaltung. Entscheidend hierfür ist der umfassende Zugang zu notwendigen Infrastrukturen für alle. Viertens, alle wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl und dem Einzelnen. Eigentum verpflichtet zum verantwortungsvollen Umgang mit Menschen und der Umwelt. Wirtschaftliche Fehlentwicklungen gefährden die Freiheit des Einzelnen und der Gemeinschaft. Das waren jetzt die Punkte und der Freiheit und ich bitte zur Anmerkung und Diskussion. Ich finde es gut. Und wir haben jetzt gewissermaßen aus diesen vier Absätzen haben wir jetzt versucht einen Absatz zu finden und ich kann noch mal zurückgehen. Das war dann gewissermaßen unsere Essenz aus diesen Sätzen. Ja, bitte. Ich glaube, er war vorher noch, oder? Ach so, tschuldigung. Also, wenn du noch mal die Flur hier aufrufst, würde ich... Was wäre da viel? Also, die die Punkte 1 und 2 aufstehen im Gagprogramm. Also, so ab den Zielen finde ich es richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Was mir ein bisschen missfällt, ist wieder dieser recht offengelassene Transparenzbegriff. Also, wenn man dann von externen Wettbewerb zum Beispiel spricht und so, dann kann man sich auch, ich sage mir mal, den Arbeitsmarkt angucken wie in Norwegen, das dann von jedem bekannt ist, was er an Geld verdient und so. Also, es gibt ja dieses Gewiss, wo es dann drinsteht, über jeden. Und da ist es dann halt wieder... Ich finde, das immer so offen zu lassen und nicht zu sagen, Transparenz, von was jetzt eigentlich, finde ich mal ein bisschen gefährlich. Wir haben ja auch diskutiert, es war ja in der Diskussion, ob Transparenz nicht zu den Grundwerten gehört. Und da haben wir dann eigentlich gesagt, nein, das ist kein Grundwert, weil wir wollen ja gerade nicht den transparenten Bürger, sondern wir wollen Transparenz in der Wirtschaft, wir wollen Transparenz im Staat, aber wir wollen genau keinen transparenten Bürger. Ja, das kann man so reinsteigen. Das Problem ist ja, dass sowohl im Staat als auch im Wirtschaft mit dem Bürger ja auch passiert. Also das war jetzt das Beispiel von Christoph, wenn das Gehalt ist der Wirtschaft und das ist auch der Bürger. Das betrifft auch Staatsbürgerstellen oder Politiker heute, Diskussionen neben Eingrufen. Das ist mit der gleichzeitig Bürger. Richtig, richtig. Das ist ja, ich denke, bei allen Grundwerten kommt es immer darauf an, in welcher Gedichtung, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang sie gesehen werden und das ist ja dann genau die Aufgabe, auf der Zielebene hier auch mit Leben zu füllen. Ja, bitte. Ich sehe das mit der Transparenz nicht so als Problem auf der Stufe. Sicherlich muss man das eine Stufe später nochmal sehr genau definieren, dass es nicht die Persönlichkeitsrechte der Bürger betrifft. Aber da finde ich das gut. Aber was mir viel wichtiger war, was ist too big to fail? In eurer Entscheidung fällt da dann auch ein Apple-Konzern runter, der einfach inzwischen so groß geworden ist und so viel Cash hat aus eigener Kraft? Oder geht es da um systemrelevante Banken in Anführungszeichen? Was soll das sein für big to fail? Ich finde es hochinteressant, dass du das ansprichst. Das war auch einer unserer kontroversen Themen. Und eigentlich sollte, oder eine der Versionen war, dass wir sogar Monopolbildung drauslassen und als Beispiel nur die Preisabsprachen anführen. und dann haben sich halt die Gruppe durchgesetzt, die gesagt hat, der Begriff big to fail ist aufgrund der Kontroverse und der Diskussion über das Finanzsystem eigentlich zu einem bekannten Begriff geworden ist und die meisten assoziieren diesen Begriff jetzt mit dieser Finanzindustrie wie Deutsche Bank etc. Das ist eine Interpretation zu haben. Ich wollte dir nur signalisieren, du bist genau an dem Punkt, den wir im Grunde genommen auch rauf und runter diskutiert haben und dann hat die Mehrheit halt so entschieden. Peter. Ich habe nur noch eine Frage, also das macht das Ganze natürlich nicht kaputt oder so, nur ich frage mich, was die Tierhaltung mit Freiheit zu tun hat. Ich habe das bestimmt lange diskutiert und dafür gibt es irgendeine Antwort, aber das ist mal ein Wert, Pferde, wie man da mit Regulierung geht, aber mit Freiheit und das, ich sehe da keine Verbindung. Ja, es hat mit Regulierung zu tun. Es geht ja darum, dass man sagt, Freiheit ist ja dadurch bestimmt durch die Regulierenden und viele Piraten oder auch ich sind der Meinung, Tiere sind Mitlebewesen, aber keine Sachen und das kommt hier ein bisschen zum Ausdruck und deshalb sollte man diese Käfighaltungen oder dieser Umgang mit Tieren hier teilweise stattfindet, dass es nur um den Profit geht, da sollte man Klarstellung dazu beziehen. Ach, ich wollte nur eins sagen, zu diesem Einwand von euch kamen in der Transparenz, wir hatten gestern in der ersten Submacht hier über Werte diskutiert, da waren wir beide auch dabei und da waren wir bei dem Begriff Transparenz auch irgendwie der Meinung, dass es kein Grundwert und wir haben es dann versucht zu füllen mit Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit, wie ihr euch ändern könnt. Und das finde ich, ist ein Begriff fairer Wettbewerb, kann man da eine Verbindung herstellen. Also ich will euch nicht unterstellen, dass das, was ich eben gesagt habe, dann so geplant ist, ja, wenn ihr euch da von die Hände reibt, um die Gelder aller Bürger zu legen oder so. Aber ich habe halt einfach meine Bedenken liegen einfach daran, dass der Antrag da so gestellt wird und dass man das einfach so da reinlesen kann. Das ist halt das Problem. Wenn es darum geht, sprachliche Genauigkeit Aufbauungsbräumen und so, hätte ich das für sehr gefährlich. Ich kann dir auch nicht verrechnen. Es war das Ringen und Präzision, Dichtheit in der Ausdrucksweise und ja, Präzise zu sein. Und ich glaube, ich habe gar kein Problem damit zu sagen, auch das muss noch mal bearbeitet werden. Gar kein Thema. Ich wollte natürlich für einen Parteitag auch den Zweiten mehr beschlossen haben, anschließend wieder für die Änderung und auch einen Zweiten mehr hinzugehen. Das muss man schon als Einwand wahrscheinlich stehen lassen, aber nichts ist perfekt. Dass auch hier nicht in wo so viele Menschen gearbeitet sind bestimmt immer solche Einzelpunkte, wo man etwas hineinlebitieren kann, was eigentlich gewollt ist. Das wird sehr wie ich denke, das verstehe ich nicht, wenn man sich da befasst mit der Definition, was ist Transparenz, ist das für mich das kein Wert, sondern das Werkzeug, kein Mittel zum Zweck, aber man sagt, das an Bezunters sehen. Das müsste man klären, was versteht man Mehrheit in der Sinn Deckel. Ja, der nächste Punkt, der war ja Gerechtigkeit und Gerechtigkeit gerecht bedeutet, das wird jetzt unterteilt in drei Kategorien, leistungsgerecht, verteilungsgerecht und chancengerecht. Leistungsgerecht. In einer leistungsgerechten Gesellschaft müssen Einkommen in einem nachvollziehbaren Verhältnis sowohl zur Leistung als auch zum gesellschaftlichen Beitrag stehen. Zu diesem Beitrag gehören ausdrücklich auch Aufgaben wie etwa die Kindererziehung oder die Pflege und Betreuung von Alten und Kranken. Vermögen sowie Einkommen aus Vermögen müssen stärker zur Finanzierung der Gesellschaft herangezogen werden. Verteilungsgerecht Zu große Notstandsunterschiede zwischen den Menschen gefährden den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Deshalb muss der Staat Rahmenbedingungen setzen, die zu einer zu starke Konzentration von Einkünften und Vermögen entgegenwirken. Eine verteilungsgerechte Gesellschaft ermöglicht eine gesellschaftliche Teilhabe und gewährleistet einen angemessenen Lebensstandard für alle. Chancengerecht eine chancengerechte Gesellschaft erschließt die brachliegenden Potenziale von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen zu deren eigenen Nutzen und zum Nutzen der Gesellschaft. Dieses Ziel soll nicht nur durch Bildungsmaßnahmen allein angesträgt werden, es müssen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den Menschen erst ermöglicht, ihre Chance wahrzulegen. Entwicklungschancen müssen unabhängig von der gesellschaftlichen Stellung des Einzelnen sein. Das ist zum Punkt gerecht. Ja, bitte. Habt ihr das Wort Bildungsmaßnahmen diskutiert? Ich finde das Wort Bildungsmaßnahmen sehr unglücklich, weil darunter fallen auch zwangsweise angottende Fortbildungsmaßnahmen zum Beispiel. Ich würde spontan sagen Möglichkeiten und nicht Maßnahmen. Wenn es vorgeschlagen und wenn es diskutiert worden wäre, könnte ich mir vorstellen, dass man das diskutiert hätte. Was uns bei der ganzen Diskussion noch wichtig war, es herauszusetzen, herauszustellen ist, es steht ja in der Gesellschaft den Eindruck, dass derjenigen, der viel verdient, leistet viel. Es wird gar nicht gesehen, dass im Grunde genommen die Karten, wenn man so will, sehr unterschiedlich gemischt werden in unserer Gesellschaft. Das heißt, bestimmte Leute verdienen nur deshalb so viel, weil sie die besseren Karten haben und das ist keine Leistung. Und deshalb wirklich müssen die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass es nicht so entsteht, die einen die leisten alles, die verdienen alles und die anderen leben dann von diesen Leistungen, sondern dass jeder einen gerechten Anteil des gemeinsam erstellten Einkommens und Vermögens hat. Ich habe das ganz ordentlich nicht wirklich ganz schon der erste Sitz und der zweiten auch Ich habe das ganz ordentlich verstanden mit dem was ist jetzt die Leistung und was ist der Beitrag oder wer zahlt jetzt an welchen Beitrag oder die Leistung Leistung und Beitrag Leistung ist das individuelle und der Beitrag zum gesellschaftlichen Beitrag konkretes Beispiel jemand der bekloppt im Kreis rumfährt der macht sicherlich auf der individuellen Ebene eine ordentliche Leistung aber ob das große gesellschaftlicher Beitrag ist das wage ich jetzt zu bezweifeln und da denke ich ist es schlicht und einfach so dass es bestimmte Berufe gibt die haben den Griff in die Kasse und andere Berufe die haben das nicht und da denke ich da muss durch die Struktur in der Gesellschaft dafür gesorgt werden dass nicht nur die jenigen die den Griff in die Kasse haben dann auch meinen sie leisten dann leisten also ich glaube Sport ist da ein ziemlich schlechtes Beispiel weil also der Markt hat ja auch immer eine soziale Komponente als Gesellschaft in dem Sinne sind wir uns einig dass halt vielleicht Formel 1 total toll ist und wir dann da auch gerne mal gehen oder das im Fernsehen gucken und also es ist nicht hundertprozentig ungerechtfertigt zum Beispiel in dem Fall dass die Leute dann auch viel Geld verdienen aber vielleicht nicht aus Leistungsgründen die leisten ja auch Zerstreuung und sowas oder auch wollte ich gerne hinaus eigentlich also wenn du dazu was ja ohne das erstmal ich hab mit dem letzten Satz ein Problem von der Punkt 1 immer noch Punkt 1 alles noch zur Leistung erst ja das ist aber ok wenn ich so verstehe dass man die Leistung dann weit raus finden was auch Christoph gesagt wenn man jetzt sagt diese Reißrumpf haben ist offensichtlich kommt bei Leuten an deswegen bezahlen die dafür was dann hat es ja gesellschaftliche beiglacht ich meine ich würde es ja nicht sehen aber es gibt halt wirklich toll finden also dann ist aber wirklich dann kommt wirklich nur an was für die gesellschaft bewirkt und dann wie die gesellschaft das eben wert oder also dann würde du würdest ja jetzt ich verstehe dich so eigentlich wenn er nur im kreis fährt die Bundesliga ist in Sicherheit einer der der Institutionen die sehr vielen Leuten sehr viel Freude macht nur wenn Bayern München rein spielen würde was geht dann kriegen sie halt rein spielen dann würde kein Spiel zusammen kommen also warum ist beispielsweise in der Bundesliga dass bestimmte Vereine kriegen es mehrfache an den gemeinsamen erwirtschafteten Fernseheignahmen und andere die mehr unten sind die kriegen weniger das heißt es werden immer für den Bundesliga 16 Landschaften gebraucht und es muss aufgrund des Systems gibt es Verlierer und Gewinner es ist aber dann die Frage ob eine gerechte verteilung nicht die wäre dass man sagt die gemeinsame verwirtschaftlichen Fernseheinnahmen werden gleichmäßig verteilt dann hätte man auch mehr Chancengleichheit weil der Status von Bayern München wird dadurch zementiert dass die ganz andere Kohle in ihre Spieler stellen kann naja also das stimmt nicht ich bin jetzt nicht der Fußballexperte vielleicht ist das nehmen nehmen aber bitte Fehler ja also das klüft sehr gut an das was gerade gesagt wird bin auch kein Fußballfan aber man kann bei München Management argumentiert werden ja wir kriegen mehr weil wir haben früher unheimlich viel auch selbst investiert und deshalb muss ich das ja zurückzahlen und dann Verbindung zu dem letzten Satz Vermögen also Vermögen Einkommen aus Vermögen müssen stärker Finanzierung das ist auch so ein bisschen problematisch für mich ich denke jetzt mal an ein mitgeständiges Unternehmen das vielleicht 80 oder 90 Leute beschäftigt denn das ist 10 Millionen wert wenn man das also wie einige Parteien schon mal eigentlich vorgetragen haben stärker versteuert allein weil das als Vermögen auf 10 Millionen sagen wir mal so geschätzt wird dann ist nach 10 Jahren existiert das liegt nicht mehr weil man eigentlich durch die Besteuerung das ganze Kapital wegnimmt und die Grundlage der Assistenz der Firma mit den ganzen Beschäftigungen in den Füsten wegzieht da werden dann mal die Leute entlassen warum ich hinaus will ich habe da Schwierigkeiten nicht dass es falsch also für mich ist eigentlich wie liegt der Begriff Gerechtigkeit so allgemein das im Prinzip jeder hat seine eigene Sicht was gerecht ist und das hat die Frage wer soll das definieren zu dem sich das durchs Leben und gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung das ständig auch verändert die Bewertung dessen muss ständig stattfinden ich weiß nicht wie man das ist zwar ein tolles Ziel aber praktisch sehe ich das eigentlich nicht machbar also der grundsatz antrag wird sich sicherlich in einem spannungsverhältnis bewegen zwischen der situation wie unsere wirtschaft heute organisiert ist und welche probleme die daraus erwachsen und durch immer eine ungleiche der verteilung da kommen solche Punkte damit hinein da würden wir wahrscheinlich schon zustimmen wir sind ja in einer ähnlichen Vermögenskonzentration wie wir in der letzten Weltwirtschaftskrise aufnahmen im 30er jahren und es irgendwie scheint ja zusammen zu bestehen dass eine gesellschaft da an einen kritischen Punkt kommen wenn die zu arg auseinander läuft das ist aber eine sehr abenteuerliche these das ist die Vermögensverteilung dafür verursächlich verantwortlich ist dass wir in der Krise sind heute das ist nicht so abenteuerlich glaube ich das ist aber spekulativ also das ist eine gravierende Zeit ist das mit der zweiten Spannungsfeld das ist der eine Spannungsfeld und das andere ist einfach das Ideal wo man als geraten zeitgleich gehen möchte in einer Wirtschaftsordnung oder Wirtschaftsverfassung man muss das eine berücksichtigen welche fehlentwicklungen da sind heute der sofort wird jetzt an Diskussionen losgehen ist die Vermögensverteilung ein Grund für die Riese oder nicht die sollten wir jetzt also vielleicht hier mal ausklammern aber wenn du das so darstellst dann lasse ich das so nicht im Raum stehen aber in diesem Spannungsfeld befindet sich jedes Grundsatzwirtschaftsprogramm das wirst du auch sehen wenn die anderen beiden noch anguckst von Lornheiten oder Jan Hemmer also 092 die stehen vor ähnlichen Problematik und da wirst du genau die entscheidende Passagen auffinden also was wollen wir aber wie sieht es heute aus das ist ja ein Dilemma oder bei jedem Grundsatzprogramm was wir formulieren wollen wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen so wie sie ist und wir äußern eine Wunschvorstellung mehrheitsmäßig beschlossen wie wir es gerne hätten das ist und deswegen kommen solche unterschiedlichen Punkte in so einem Antrag vor Ja um da mal anzuschließen ich würde gerne von euch hören was ihr wollt wenn ich mir die ersten zwei Punkte da nämlich durchlese dann klingt das für mich wie ein Bibliothek für Mindestlöhne für eine Millionärsteuer und das dachte ich eigentlich immer wäre ein anderes Parteithema und ich persönlich bin ja auch als also aus meiner Geschichte die ich auch zur Partei gekommen bin ein großer Anhänger von gut implementierten freien Märkten wo es halt faire Verträge gibt wo es transparente Informationen gibt wo eben Teilhaben keine Unrufbildung Stichwort Patenzrecht und so und ich bin auch jemand der glaubt dass der freie Markt ein sehr sehr gutes Werkzeug sein kann um Ressourcen gesellschaftlich also sehr effektiv auch weit zu verteilen also wenn man eben nicht so monopol fördert wie das momentan tun weil das klingt für mich halt ziemlich also marktfeindlich was da steht aber ich will euch nicht unterstellen dass es das ist deswegen würde ich gerne mal hören was für praktische Schlüsse aus diesen Punkten 1 und 2 zieht an praktischen Schlüssen kann man sagen eine Einkommen oder Vermögensverteilung die sie heute haben nämlich dass praktisch die Hälfte der Bevölkerung hat de facto nichts und 10% der Bevölkerung haben 50% des Vermögens da denke ich das ist schlicht und einfach ist es nicht nur darauf zurückzuführen dass diese 10% so viel viel mehr gearbeitet und geleistet haben wie die anderen sondern es ist die Struktur ist in die Spielregeln in der Gesellschaft und die müssen geändert werden und dann können auch wieder die Märkte funktionieren es ist meines Erachtens gerade was wir heute haben weil es gibt keinen Ausdruck von funktionierenden Märkten niemand der hier in Deutschland beispielsweise unter Bedingungen produziert die sowohl den Arbeitsschutz gerecht angemessene Löhne und Umwelt betrachtet kann konkurrieren mit einem Produkt das dumm in der Welt produziert wurde unter ausbeuterischen Bedingungen für die Arbeiter unter Missachtung von Umweltschutz da kann man nicht konkurrieren und wenn jetzt solche Prozesse stattfinden solche Prozesse stattfinden dann sage ich hier müssen wir faire Wettbewerbsbedingungen schaffen werden wir müssen mal ganz kurz was zur Aufschlöpfung der Runde sagen er sagt doch TRIGEMA das ist ein ganz interessanter Punkt ich glaube wir können das nicht auf dieses klassische Links-Rechts-Schema reduzieren was die ganzen anderen Parteien umtreibt die befinden sich immer in dem Spannungsverhältnis da von Marx Produktionsfaktor Arbeit und dann ist es bis auf der anderen Seite oder Ricardo die freien Märkte und der Freihandel der machen das sondern wir müssen was jetzt in dem Grundsatzprogramm eigentlich nicht richtig drin ist aber eine Dimension noch dazu nehmen was ich gestern Abend in dem Mainz-Lot gesagt habe bei der Entwicklung der Demokratie in unserer Gesellschaft haben wir eine wunderbare Gewaltmitteilung bekommen Exekutive, Legislative, Judikative Reste der Welt aber es fehlt eine Dimension das Geld das Geld ist nicht in diesen drei Gewalten enthalten sondern das sind Partikularinteressen die sich dann immer dieser Sache bemächtigt haben ganz intransparent meistens versteckt hinter diesen anderen Konflikten die ich Ihnen gesagt habe denen kam sogar das sehr die fanden es sehr gut dass dieses Links-Rechts-Denken da immer war dass die da sich immer gekriegt haben und gar nicht gemerkt haben was das Allerwichtigste war nämlich wir kontrollieren das Geld insofern es gibt ja Bestrebungen auch außerhalb unserer Partei da Vorstellungen eine Monitative als Begriff mal zu bringen als eine vierte Staatsgewalt zu etablieren wenn man das mal so reflektiert im Hintergrund dann kann man sehen dass so ein Wirtschaftsprogramm eben genau vor diesem Spannungsfeld ist auch eine Gewaltbeteilung zu sehen ist das ist ein neues Denken was da deutlich wird und es gibt ein bisschen ja das wird ja demografische in der Gemeinschaft dann vereinbart diese Monitative es geht eigentlich darum dass die Gemeinschaft sich die Hochrang über das Geld wieder zurückholen also ich würde die Runde fragen das haben wir heute nicht ich möchte mal eins sagen Chapeau dafür wie viel Mühe ihr euch gemacht habt ich weiß ja auch wie schwer das gerade bei der Basis überhaupt durchzusetzen das ist so was aus Papier zu bringen aber trotzdem muss ich euch auch eine Watsche geben auf der anderen Seite weil genau wie du es gerade gesagt hast ich dachte dafür dass in einem Grundsatzprogramm Einkommen aus Vermögen müssen stärker zur Finanzierung der Gesellschaft herangezogen werden steht dachte ich dass es da eine andere Partei geht für und ich muss ehrlich eins sagen die einen sagen so die anderen so ich bin persönlich nicht bereit sowas zu akzeptieren in einer Situation in der wir nicht über die Ausgabenseite und über die Rechtssicherheit in der Staat dem Vermögen bietet sprechen der Punkt ist nämlich der sicherlich ist eine ungerechte Verteilung eines der Probleme im Moment viel akuter als folgendes es gibt nämlich viele Leute die gerne noch mehr Geld geben würden aber dieses Geld versickert auf der Ausgabenseite des Staates und zwar in sinnlosen Bereichen an denen nicht die Bürger partizipieren und nicht die Transferempfänger die das brauchen partizipieren sondern in unsinnigen Dingen die Gipfeln in der Züchtung die mit 500.000 Euro unterstützt wurde Mila Fabian Amor das ist ein Beispiel aus dem Bundesrechnungshof berichtet und dieser Satz den kann ich so nicht unterschreiben bevor nicht die andere Seite angefasst wird wir brauchen Rechtssicherheit wir brauchen Ausgabendisziplin und es kann nicht sein dass in einem Jahr in dem wir Rekordsteuereinnahmen haben trotzdem Kredite aufgenommen werden und aufgrund der Wahl die stattfinden wird irgendwelche Versprechungen gemacht werden die so teilweise abenteuerlich sind und es rausgehauen wird und dazu noch und man realistisch einfach sieht dass uns in den nächsten Jahren eine ganz andere Situation in der Wirtschaft erwarten wird das weiß ja auch jeder brauchen wir auch nicht mehr drüber zu streiten dass das mit dem Euro uns einholt was da gerade passiert insofern bin ich dazu nicht bereit ich möchte sagen man kann nicht alles in einem Satz oder in einem Fasssatz das ist der Punkt 1 wir kommen nein wir kommen zu diesem Punkt noch an späterer Stelle und wir haben ja auch gesagt dass Regulierungen nur dann zulässig sind wenn sie tatsächlich notwendig sind wie gesagt die Fasssatz das ist ja der Teil und bei der Vermögenssteuer glaube ich gibt es auch eine wirklich sachliche Gerechtfertigung über Jahrzehnte kann man sagen über Jahrzehnte ist das Einkommen die Steuer auf Arbeitseinkommen sehr viel stärker konsequenter zur Finanzierung des Staates herangezogen werden als praktisch das Vermögen was noch dazu kommt es hat ja immer den Eindruck nein das sind Fakten wir könnten dann gerne über Bankensteuer Faktensteuer oder reden wir über Vorstellungen aber du nimmst ja eine Komponente raus und sagst das ist die Wahrheit und dazu gehören eine andere Komponente nämlich noch wenn du über Einkommenssteuer redest wie ist die aufgebaut wie funktioniert die und die funktioniert eben nicht die funktioniert doch teilweise deshalb nicht weil die Einkommen aus Finanzanlagen weil die gar nicht so in den Griff zu bekommen sind ein Aspekt ein Aspekt richtig und deshalb muss man dann das Ergebnis ans Ergebnis geben ja ich möchte auch noch mal sagen dass natürlich diese Sichtweisen die hier teilweise geäußert worden sind auch in diesen großen Runden dabei waren ja aber scheinbar da will ich natürlich auch Mehrheitsentscheidungen haben ohne Zweifel es ist ja deutlich dass beim Thema Wirtschaft die Einordnung einer Partei wir wollen ja keine Partei sein die in diesem linksrechtssystem eingeordnet werden auch in unserem Selbstverständnis nicht aber dennoch dennoch es ist immer gleich bei unserem jeder denkt er hat ja eine Position wo er meint er hat den richtigen Blick auf die Wirtschaft und auf die Theorien und auf die Paradigmen die da wirken und so weiter und die kollidieren natürlich dann miteinander das ist wahrscheinlich weiter so wenn das so transportiert wird dann muss ich ihm einen Kollegen dahin recht geben das so gibt es andere Parteien das ist halt so aber du hast jetzt hier eine Gesamtverfassung von Papieren wo du jetzt an einem Punkt einen Einwand hast wo wäre ich hier einen Einwand haben und so weiter dann müssen wir natürlich entscheiden ob ich jetzt das gesamte Paket nicht zustimmen kann weil ich einen Teil erst recht im Hinblick habe ist der dann so grundsätzlich und fundamental für mich dass es das gesamte Paket ruiniert oder werde ich die Bauchschmerzen und versuchen den später dann zu ändern und eine Mehrheit dafür zu bekommen das ist dann die Frage die sich stellt das ist ein ganz normaler demokratischer Prozess weil das ist eben also ich meine von Seiten dann erzähl mal ich wollte dir ja in vielen Punkten auch recht geben es ist der Knackpunkt ist doch wahrscheinlich im ersten Absatz vor allen Dingen nur Vermögen so wie wenn man diese zwei Wörter schon nicht hätte würde sich die Situation doch schon ganz anders darstellen und was ich halt da als die große Problematik betrachte ist das automatisch wenn Vermögen als solches besteuert wird auch der Druck über eine Vermögenssteuer über andere Sachen dieses Vermögen automatisch jegliches Vermögen in einen massiven Renditedruck wieder reinkommt das heißt eigentlich alles irgendwo reingeschmissen wird und dann wir natürlich wieder schneller höher weiter automatisch in ein immer stärkeres Wachstum reinkommen und dabei die Aspekte von Nachhaltigkeit oder anderen Sachen kaum Berücksichtigung finden können beziehungsweise das dann auch wieder zu anderen Spekulationen und Blasen auch führen kann als langfristige Entwicklung und insofern würden diese zwei Worte nicht da sein glaube ich könnte man das viel viel eher unterschreiben ich hoffe dass ich da jetzt nicht komplett gegen euch spreche aber Einkommen aus Vermögen ist was zu sagen ja so jetzt Christoph Christoph Erik und wir also ja ich wollte jetzt nochmal zum Ausgangspunkt dieses Threads zurückspringen und also nochmal auf den also in der Analyse der Situation sind wir uns ja total einig ich glaube nicht dass wir eine freie Marktwirtschaft haben also ich mache auch einen ganz klaren Unterschied so auf einer erkenntnistheoretischen Ebene zwischen freier Marktwirtschaft und Kapitalismus wir befinden uns in einem kapitalistischen System und da läuft sicherlich viel falsch was hier eben alles genannt worden ist und natürlich muss man sich überlegen wie repariere ich das ja und wie schaffe ich es eben zum Beispiel die ungleichen Einkommensverhältnisse oder das was an den Herzmärkten passiert oder so irgendwie einzufangen und wieder für die Gesellschaft nutzbar zu machen und so weil da sind wir uns total einig was ich gerne von euch gehört hätte wären eben die Vorstellungen an welcher Instrumente das zu erreichen sein könnte ja und nicht also eben die Situationsanalyse weil die ist ja uns glaube ich allen klar und also für mich ich glaube auch ich glaube ehrlich gesagt es tut mir sehr leid für die ganze Arbeit und eure Nächte aber ich glaube nicht dass dieser Antrag am Bundesvertrag noch Spaß hat weil es geht hervor ich finde das ist gut nicht ganz der Antrag das war Erik was die Vermögenssteuer angeht denke ich es fehlt es fehlt jetzt einfach wahrscheinlich ein Wort das ist Progression Progression Vermögenssteuer weil ja ich habe jetzt gedacht das ist genau das Problem das du denkst jetzt wird jeder der so ein kleines Häuschen hat wird jetzt ausgezogen du hast explizit damit ein Problem dass du zumach weil er die Wasser ablegen muss also mit der So ein Totschlagargument meinst du da lasse ich mich drauf ich bin für alle Maßnahmen zu haben die auch unten ankommen und den Bürgern helfen das ist die richtige Antwort auf so ein Totschlagargument du hast ja recht man muss auch wo das Geld hingehen wenn du mir den Finger auf mich zeigst sagst du hast was dagegen dass die Superreichen gesteuert werden ich habe dich gefragt weil du gerade gesagt die Progression ist ja doch und das ist ja die Folge die Progression ist ja doch das wird jetzt im Zwiegespräch ungerechnet anderen gegenüber wenn ich dran verantwortlich darf ich bitte wir haben mehr als einen Satz ich habe dich doch nur gefragt weil du gerade ich habe nur auf dich reagiert weil ich gerade die Progression vorgeschlagen und du hast gesagt ah ist ja noch schlimmer du wolltest nur verstehen warum diese Reaktion also ich kann dir vorhin sagen ich habe ein Unternehmen verkauft genau in der Zeit bevor Schröder den Erlass eingeführt hat ein Unternehmen hat mich verkauft als es schon steuerfrei war ich habe aber für all dieses Geld mit dem ich den Unternehmen aufgebaut habe Steuern gezahlt ein Vielfaches ich habe meine Mitarbeiter immer gut behandelt ich habe einen ein Jahr durchgeschleppt deren Aneurysma im Kopf hatte ich habe mich immer moralisch ethisch vorbildlich verhalten ich habe mein ganz Leben lang Projekte angefasst sozial habe nie drüber geredet etc ich möchte und da spreche ich für viele nicht mehr dass dieses Geld nochmal versteuert wird weil ich habe es schon nichts mal versteuert und wenn ich es vererbe versteuere ich es nochmal so das ist eine ganz wahre Aussage weil 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 der Staat dieses Geld nicht zu denen bringt wo es hin soll sondern für Scheiße ausgibt und wenn es anders ist dann sind genug Leute da die eine freiwillige Selbstverpflichtung wie ein Dietmar Hopp wie andere eingehen und sagen ich gebe gerne mein Geld für die Initiativen Stiftungswesenthema etc der Hopp ist auch jemand der sagt zum Beispiel Einkommenssteuer 60% Spitzensteuersatz warum nicht müssen wir mal drüber nachdenken da habe ich aber noch eine ganz andere Meinung ich versuche es in zwei Sätzen zu sagen aber nur weil du mich explizit aufgefordert hast ich zahle im Moment von meinem Einkommen das ich hatte bis Oktober ich habe mir jetzt ja freigenommen für den Wahlkampf wäre ich Spitzensteuersatz ich habe aber so viele Kosten dass ich im Schnitt ungefähr 32% Steuern bezahlt habe ich bin dafür dass man diese ganzen Scheißabsetzmöglichkeiten abschafft fürs Auto gibt es 500 Euro im Monat basta fürs Büro gibt es für eine Person 500 Euro im Monat basta für den Computer gibt es so und so viel es gibt nur noch Pauschbeträge für die Kernsachen die man braucht alles andere fällt weg und ich habe mal ausgerechnet für mich und habe es in den Spielchen mit fünf Freunden gemacht wir würden mehr Steuern zahlen als heute und das heißt man könnte theoretisch einen Spitzensteuersatz bei irgendwo so zwischen 35 und 38% hinsetzen wenn man alles streicht und wenn der Staat das macht dann gebe ich noch mehr dazu da sind tausende zehntausende von Leuten in Deutschland die da mitmachen würden also das war toll und ich habe selbst ein Unternehmen verkauft ich habe aber eine Rechtsformwechsel gehabt und bin dann innerhalb dieser fünf Jahre Flüsse gelesen die da notwendig ist und musste versteuern also ich habe eine nicht unethische Erfahrung wie du gemacht ganz ganz kurz noch aber ich glaube wir reden ein bisschen dann da vorbei einen Punkt wir meinen nicht Vermögen die bei deiner Klasse bei jemandem der Eigentums ein Eigentumshaus hat oder Regel 2 oder 3 ich weiß doch gar nicht wie viel mein Unternehmen hat sondern wir reden hier von einer Vermögenskonzentration die durch das Geldsystem in der Spitze verursacht wird was du jetzt die ganze Zeit einklagst einerseits ich weiß nicht die Ausgabenseite die du vom Staat gemeint hast ist als würde das schon zutreffen auf Leute die eine Firma vielleicht in Jahrzehnten oder zwei Jahrzehnte groß gemacht haben wo wir jetzt reden von Werten vielleicht von 500.000 eine Million oder zwei Millionen oder so irgendwas ich glaube das ist nicht die Zielgröße die es hier geht es geht hier wirklich um die Vermögenskonzentration in der Spitze und die kannst du dir nicht vorstellen wie unendlich stark die geworden ist es befinden sich heute es befinden sich heute ca. 140% der Vermögen dieser Top 1 bis 5% befinden sich heute nicht mehr im regulierten Finanzsektor sondern in Steueroasen außerhalb kommst du gar nicht dran das ist ein Grundsatzprogramm wo ein Ziel formuliert ist wir müssen uns mit einem Windraum auseinandersetzen wie es draußen ist und es geht nicht um ihn oder um irgendjemand der ein Einkommenshaus bekommt und sowas das ist nicht die Zielgröße nicht dass man ein Missverständnis der Grundsatz kann doch das eine oder das andere so gut sein jetzt kann es ich noch er hat schon er hat schon gerade vorweggenommen das meiste was ich sagen wollte schon was ich jetzt mal um das Ganze zu verkürzen weil das ist ja älterliche Diskussion möchte ich folgendes sagen einmal dein Argument zieht für mich persönlich nicht weil genau die Vermögen auf die hast du überhaupt gar keinen Zugriff die kannst du nicht versteuern ja gut das ist ein Wunschdenken das ist nicht erfüllbar umso schlimmer und damit bewegt man einen Grund und Hauptpunkt diese ganze also die Gerechtigkeit das Wort Gerechtigkeit selber kannst du nicht definieren und deshalb kannst du auch diese Folgesätze auch nicht konsequent definieren weil wenn wir was in die Parteiprogramme reinschreiben dann wollen die Leute eigentlich irgendwie praktisch die Durchsetzbarkeit sehen also leider Wünsche wie in der Kirche gut und schön das kann man halt sagen das ist also nicht unser sagen wir Grund Grundthema sondern unsere Ziele die in der Politik erreichen wollen sind auch so die werden da mit allen möglichen Mitteln versuchen zu erreichen Punkt aber Gerechtigkeit kann kein Mensch definieren beziehungsweise noch schlimmer jeder definiert das wie er können möchte und da bin ich eben am Anfang da sind andere Parteien dazu da die können das viel besser ok danke Peter du hattest das mindestens ganz streit ich habe ein ähnliches Problem am Anfang gehabt oder immer noch ein bisschen mit den zwei Wörtern Vermögen sowie also es legt natürlich nahe dass man da eine Vermögensteuer rein interpretiert die kann auch es ist eine Bestands das wäre ja eine Bestandssteuer die ja nehmen wir nur dass sie ja in betrieblichen Bedingungen vielleicht mal Sinn machen würden Bestandssteuern sind grundsätzlich ist ja fragwürdig gesagt aber irgendwo steht eigentlich da nicht wirklich drin dass es eine Vermögensteuer ist ich lese die da nicht wirklich raus weil dass man Vermögen zur Finanzierung der Gesellschaft anziehen will da gibt es ja alle möglichen Zwangsanleihen ja Zwangsanleihen zum Beispiel also wo mich in dem Moment das Vermögen ja nicht aufgebraucht wird und wo man es auch Zinsen für Zinsen kann entsprechend ja also wo man im Prinzip die Anlageform des Vermögens vorschreibt kann man sich auch drüber streiten ja nur da steht für mich nicht Vermögensteuer das ist eine rein interpretierbare Sache und die Sache bei grundsätzlichen Entscheidungen ist ja auch immer das Programm ist ja auch immer hinzugehen um mal eine grobe Richtung zu sagen und da steht für mich drin dass ja dass Leute die sehr viel Geld haben irgendwie mal gucken muss in die weitermedien Effizienfinanzierung mit hineingeht in den Details nachher wie man das macht lässt ist ein sehr weites Spielraum offen von daher könnte ich mit Bauchschmerzen das war das Beispiel von vorhin mit Bauchschmerzen mit dieser Formulierung reden wenn jetzt da Vermögenssteuer nicht gestehen würde könnte ich mir nicht mehr so richtig aber so mal auseinander zu halten ok mein Vorschlag wir sind jetzt hier in der Diskussion wir haben noch den Punkt Nachhaltigkeit noch zu machen ja wir haben jetzt noch einen Punkt und zwar Nachhaltigkeit ja Nachhaltigkeit bedeutet nachhaltiger Umgang mit Ressourcen die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln sind so auszugestalten dass Fehlentwicklungen für die Allgemeinheit und Umwelt zu wirtschaftlichen Konsequenzen für die verantwortlichen Akteure führen zweitens nachhaltige Haushaltspolitik und da komme ich dann jetzt zu deinem Punkt steuert sind Ausdruck kooperativen Verhaltens einer Gesellschaft steuert sollen im Ergebnis mehr Umstand und Selbstverwirklichung für alle bewirken die Aufnahme der Abbau von Staatsschulden dienen der Erreichung gesellschaftlicher Ziele dabei müssen wirtschaftliche ökologische und soziale Interessen unter Berücksichtigung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts in Einklang gebracht werden Schulden sind nur auf Grundlage transparenter Entscheidungsprozesse aufzunehmen und abzubauen das waren die ersten beiden Punkte zur Nachhaltigkeit die nächsten zwei Punkte nachhaltige Subventionspolitik Subventionen dienen ausschließlich der Erreichung gesellschaftlicher Ziele etwa dem Anschub von Entwicklungen oder der Erhaltung von wirtschaftlichen ökonomischen und sozialen Lenkungswirkungen Alle Subventionen müssen Transparenz vergeben und mit klaren Ziel- und Zeitprogrammen verknüpft werden Auch bestehende Subventionen müssen zeitlich befristet und bei Veränderungen begründet werden Die Wirksamkeit aller Subventionsprogramme muss fortlaufend geprüft werden Nachhaltiges Finanzsystem Nachhaltiges Finanzsystem Das Finanz- und Währungssystem ist so auszugestalten umzugestalten dass es den Menschen und der Realwirtschaft dient Ein nachhaltiges Finanzsystem stellt sicher dass Gemeinschaftsschädige der Systemkrisen nicht auftreten Das waren jetzt die vier Punkte zur Nachhaltigkeit und ich bitte zur Diskussion Realwirtschaft ist wieder der Begriff als Gegensatz man hat die Gesamtbevorswirtschaft und dann hat man den Finanzsektor und der Rest ist Realwirtschaft So ist es gedacht Es ist ein üblicher Terminus in der Wirtschaftswirtschaft und ich glaube auch bei vielen Ihnen ist er bekannt außerhalb der Fachgruppe Ja, ja und gerade da dreht er sich dann ins Vorwalt hin spätestens ab und da ist er dann nicht behauptet Ja Gibt es zur Nachhaltigkeit oder ist der Punkt weitgehend Konsens? Also es ist deutlich weniger ein Unwahrscheinlich Ja, es freut mich eigentlich und ich finde es erstaunlich wir könnten wenn es tatsächlich Konsens ist dann könnten wir vielleicht nochmal was habe ich jetzt noch Ja das Ziel ist dass dieser dieser Antrag auf dem Bundesparteitag vorgestellt wird und dass es ein gemeinsames Programm ist das glaube ich das ist ein wichtiger Punkt und ja Ich möchte nochmal ganz kurz den Diskutanten die Möglichkeit geben natürlich auch die die anderen beiden Anträge die im Augenblick in der Antragsfabrik stehen der 002 und der 092 könnt ihr euch notieren in der Antragsfabrik das ist 444 das sind die drei die im Augenblick als Wirtschaftsgrundsatzprogramme im Bundesparteitag zur Abstimmung stehen werden da wird es nochmal im dicken Engel in der Mammel am 16. November von drei Vortragen in allen drei Grundsatzprogramme diskutiert werden 16. November in der Mammel in der Mammel in der Engel die meisten Veranstaltungen haben schon stattgefunden das muss ich jetzt dazu sagen Arbeitskreis Wirtschaft haben zwei Diskussionsrunden stattgefunden in Berlin die Informationen zu dem Mammel das gibt es sicherlich auch nochmal auf irgendwelchen Meldungen weil da ich gerne teilnehm also 16. November werden wir nochmal in Außen und dass man sich dann nochmal abschließendes Bitten machen kann dass man auch einen Vergleich machen kann das ist wenn ich das vergessen habe ich glaube da ist noch am Hälften glaube ich ist da noch ein Termin in Schleswig-Kolstein ja aber das ist auch ein Termin der über das Wandel verbreitet wird beziehungsweise da kann man nicht diskutieren aber nochmal deutlich also in Berlin eine Diskussion zweimal Arbeitskreis Wirtschaft in NRW jetzt in Schleswig-Kolstein hier wie am Hessen Campus die Engel Beutekon also es ist es waren sehr viele Tage sehr viele Veranstaltungen hat es gegeben wollte ich nochmal betonen ich hätte gerne noch eine Anmerkung dazu also ich ziehe mir nicht gut was ihr euch da für eine Arbeit macht ich hätte da gar nicht den Lernen dazu mich mit solchen Idioten auseinanderzusetzen aber Entschuldigung sobald dieser Satz den ich so lese und auch im allgemeinen Verständnis dann Vermögenssteuer fordert werde ich euch diesen Antrag versuchen zu zerlegen weil ich nicht will dass das Grundsatz bekommen wird vielleicht habt ihr da nochmal eine Möglichkeit mit her das einfach so zu formulieren wie ihr es meint ich glaube ohne den Satz wäre das sehr sehr viel bekömmlicher die Kosten das ist interessant das ein Merkzentrum was mich auch praktisch erstaunt ist dass ausgerechnet jetzt die Gerechtigkeit wir waren eigentlich der Meinung die Unterteilung leistungsgerecht verteilungsgerecht und chancengerecht dass das die drei tatsächlichen wichtigen Aspekte sind politisch wahrscheinlich die Gerechtigkeit erfassen nochmal zu dem Punkt Vermögen ich glaube es ist eine Tatsache dass 10% der Bevölkerung 50% ist von ich widerspreche doch gar nicht es ist eine Tatsache ist sie anerkannt ist auch anerkannt dass 50% der Bevölkerung mehr oder weniger nix haben das sind die statistischen Zahlen die offiziellen statistischen Zahlen ganz einfach wenn du versuchst 50% umzuverteilen damit die 50% der Menschen nichts haben wird die Gesellschaft scheitern weil wir sind im Moment wir sind im Moment an einem Punkt wo einfach die Leute die richtig reich sind und ich kenne einige die sagen unter den Rahmenbedingungen mache ich das nicht mit und die suchen sich aus wo sie leben und die gehen übergangsweise jetzt schon nach Österreich weil ja der grünen Gesetzesentwurf soweit geht und sagt wir möchten eine Vermögensabgabe die ihr offenbar ja nicht habt könnte man aber unter Umständen auch da auslesen und die Grünen im Gesetzesentwurf was die hier einbringt steht ja drin rückwirkend fünf Jahre das heißt wer in den letzten fünf Jahren irgendwann unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland war und innerhalb dieser fünf Jahre ab Eintritt des Gesetzes weggezogen ist wird auch noch mal nachträglich auf sein Vermögen besteuert und zwar 10% pro Jahr ist irgendwie da angedacht also ja brauchen wir nicht zu diskutieren für mich ist wichtig dass eine Partei sich abgrenzt und ich kann nicht sagen auf der einen Seite ich will das alle gleich behandelt werden und kann da aber dann eine Ausnahme machen und da tut es mir einfach weh diese Ausnahme gerecht ich empfinde es nicht als gerecht wenn jemand wegen einer Gesetzeslücke oder wegen einer Fehlfunktion des Finanzmarktes sich bereichert hat und da muss man sagen da gibt es Schweine und es gibt Gute wie überall dann ist es einmal per se die Aufgabe des Gesetzgebers diese Lücken zu schließen sich an die Nase zu fassen und alle Gesetzgeber zu sagen wir haben zugelassen dass dieser Finanzmarkt so aus dem Ruder gelaufen ist wir müssen das ändern wir können nicht rückwirkend sagen weil wir das politisch verpasst haben deswegen holen wir das Geld uns jetzt zurück weil es sind ja alles Schweine das ist nicht meine Piratenpartei Entschuldigung Darf ich mal direkt da drauf gehen? Gerne Zum einen denke ich ist Rechtssicherheit ein ganz großes Gut und das sollte man nicht ohne weiteres das sollte man sehr genau nachdenken wenn man dagegen verspürst das ist Punkt 1 Punkt 2 ist ich glaube man muss anerkennen dass mit Geld Macht verbunden ist und dass mit dieser Macht die damit verbunden wird auch Gesetze beeinflusst werden ich glaube Griechenland um es mal nicht so hautnah zu haben Griechenland ist deshalb auch so in Schwierigkeiten weil die Finanzoligarchien nennen wir es mal so praktisch die 10% reichen die in Griechenland noch mehr haben als in Deutschland weil die auch Gesetze verhindert haben weil die auch ihren Einfluss geltend gemacht haben damit beispielsweise die Finanzverwaltung in Griechenland so schlecht ist wie sie ist als Beispiel hätte Griechenland eine Staatsquote wie Deutschland dann hätten sie nur die Hälfte der Schulden hätten sie eine Staatsquote wie Skandinavien dann hätten sie gar keine Schulden angenommen bei gleichem Ausgang das heißt ich möchte darauf hinweisen auf den Zusammenhang die Staatsquote oder die Steuern ich habe jetzt eine Staatsquote wo alle Steuern zusammengefasst sind alle Steuern zusammengefasst sind und Sozialabgaben ich möchte darauf hinweisen dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen Gesetzgebung und Interessen und dass diejenigen die die Macht haben auch ihre Interessen besser durchsetzen können das möchte ich zu bedenken was ich aber sagen möchte was aus meiner Sicht ganz wichtig ist dass die Rahmenbedingungen in der Wirtschaft geändert werden dass nicht die einen obwohl sie den ganzen Tag arbeiten brauchen noch mal eine Unterstützung noch einen Aufstocker während andere die mehr oder weniger gar nicht arbeiten sondern arbeiten lassen die leben jetzt aus dem Haus und das ist aus meiner Sicht das ist aus meiner Sicht eine Diskrepanz innerhalb der Vermögen deine Aussage ist so populistisch gerade die tut mir so weh jeder der viel Geld hat lebt im Sausbrückhaus nein das sage ich nicht natürlich das nein das sage ich nicht darf ich einen Satz zu fragen ja sicher durch diesen Satz was du daraus an Maßnahmen ableiten kannst was kannst du mit diesen Maßnahmen erreichen um dem entgegenzuwirken eigentlich doch gar nichts und das ist doch es ist doch wirkungslos noch eine Erwänzende sage du hast ja beleuchtet also ich auch zustimme die die viel Geld haben haben viel Macht aber das ist nicht allein der Grund nach meiner Auffassung das Griechenland da steht wo es weiter steht sondern die anderen sind Politiker nämlich die Politiker versprechen alles mögliche wir machen zum Beispiel nur um eine Zahl zu nennen Rente ab 50 wählen mich nur und dann sagen ja wunderbar natürlich wähle ich die wir machen einmal 20 Stunden Woche konzentriert sein also Versprechungen Versprechungen die sich gut anhören und da werden die gewählt und das wird auch umgesetzt und das Ergebnis wir natürlich in keinem Land der Ehre hast du eben solche Situationen wie in Griechenland auch die Staatsquote ist auch das Ergebnis der politischen Versprechungen weil es jetzt ganz einfach irgendwas zu versprechen nur um gewählt zu werden da wollen wir doch nicht hin ich muss noch einen Satz sagen ihr seid falsch die Staatsquote ist verantwortlich verantwortlich ist dafür dass Griechenland im Jahr zwischen 55 und 60 Milliarden Steuerausfälle durch Steuerhinterziehung Veruntreuung etc. gehabt hat nicht die Staatsquote das ist verantwortlich die Staatsquote berücksichtigt das das ist ja auch einer der Punkte ich glaube nicht dass die Griechen wenn man es immer so pauschal betrachtet dass die nicht in der Lage wären ein ähnlich gutes Steuererhebungssystem zu haben wie wir sie haben sondern es sind Interessen die dahinterstehen die diese Steuererhebung mehr oder weniger lasch verfolgen und ich glaube diesen Zusammenhang den muss man einfach sehen dass praktisch hinter der Verfolgung von Gesetzen oder hinter der Einhaltung von Gesetzen auch wieder Interessen stehen und ich gebe dir recht Peter wenn du sagst das waren Politiker etc. aber auch Politiker werden beeinflusst kommen nicht einfach so an die Regierung und da habe ich den Fehler und der Politik hat gesagt wenn ich da mal eine wunderbare Rente habe wenn ich in Deutschland würde ich mal zwei Legislaturperioden überlebe dann kann ich alles versprechen um das Ziel zu erreichen die Rente ist und da muss jeder andere 180 Jahre leben um das dieser Rente zu haben also wir sehen ich wollte eigentlich nur zu bedenken geben dass dieser ganze Bereich wo man davon spricht wie privat in politische Macht übersetzt werden kann als Mittelmeer und so im Kontext des Gesprächs über ein Wirtschaftsprogramm ziemlich aufbaulich ist das hat angefangen mit der Vermögenssteuer hinein die Interpretation und dann sind wir da auf dieses Gleis gekommen und das wollte man aber um es nochmal nachvollziehbar zu machen da hat es begonnen und seitdem kommen wir in diesen Drive hinein dass wir so eine Grundsatzdiskussion mit unseren unterschiedlichen wirtschaftsparaligmatischen Ansichten austauschen wobei Seiten versuchen den Anteil mit ihren Argumenten zu überzeugen aber das ist immer so das ist anregend der Grund ist Gerechtigkeit ist ein Minenfeld das kann keiner eindeutig definieren du kannst es auch nicht rauslassen als Ziel kannst du rauslassen und das als Ziel sagen ohne genau zu sagen Vermögenssteuer und dieses und Leistung einfach wir wollen lassen wir uns mal was ganz grundsätzliches sagen aber ich glaube in unseren Gesellschaften gleichstärig geht es darauf irgendwie haben wir eine Wahl zwischen mehr Stabilität und mehr Dynamik wenn man mehr Dynamik will das haben die Angersachsen glaube ich die letzten 30 Jahre gemacht die haben einfach dereguliert haben Möglichkeiten Freiräume erweitert dadurch sind Entwicklungen in Gang gekommen die zu großen Vermögenspreisblasen gebildet haben das ging sogar 20 Jahre gut oder 25 weil das war ein Win-Win-Send-Würzeln solange diese Vermögenspreise angestiegen sind durch diese Deregulierung konnte mehr Kredit wieder aufgenommen werden konnte mehr komprimiert werden es hat sich die höhere Wachstumsraten Englands und Amerikas wieder geschlagen also hat dann abgefährt Deutschland hat versucht mit anderen Ländern zu sagen aha das machen wir auch das war dann mit der Rotkrieg-Regierung und so weiter aber jetzt merkt man erst in den letzten 3-4 Jahren was für ein Preis dafür zu zahlen ist wenn man das macht diese hohe Dynamik mit einem Geldsystem was den Partikularinteressen mehr dient nämlich diese Blase platzt irgendwann mal und dann steht man vor einer Situation einer Balance-Sheet-Recession dann muss man nämlich diese diese gehebelten Blase muss man dann wieder zurück schrumpfen und dann kommt zur Problematik wie tue ich diese Lasten verteilen in einer Gesellschaft das erleben wir seit 5 Jahren wenn man wie die Bundesrepublik Deutschland einen Finanzsektor hat mit 70% Reifeisenbacken Sparkassen und in der Realwirtschaft wir haben 4000 Hidden Champions fast 4000-5000 mittelständische Unternehmensstruktur gibt es in England und Amerika sowas überhaupt gar nicht das ist dieser realwirtschaftliche Teil der Adener betont das ist ein ganz anderes Kapitalismusmodell als dort die Skandinavier haben nochmal ein bisschen anderes die waren alles bei Steuern wir waren es mehr mit die Sozialabgaben zu unterscheiden den Kontinenten von skandinavischen Ländern und in Asien wird es wieder ganz anders gemacht sondern gelenkte gelenkte den Staatskapitalismus mit einer direkt Industriepolitik also wir haben ganz verschiedene Verfahren und wenn man das sieht dann denke ich mal dann sollten wir unser europäisches Modell unser sozialeuropäisches Modell schätzen lernen von diesem Wien-Rekord lieber etwas stabiler und dann vielleicht ein bisschen weniger dynamisch und das ist auch mit weniger Gefahr dann verbunden dass wir aus der Kurve fliegen wenn es dann in den Platz das waren zwei grundsätzliche Überlegungen ich sage jetzt das was ich vorhin nicht mal sagen durfte weil ich nämlich was der Christoph gesagt hat für mich ist ein ganz wichtiger Punkt weil also was er gefragt hat und was er gefragt hat war Leute das wie soll diese was hier konkret aussehen was ihr da erfolgt und das ist glaube ich was für mich relevant ist und was glaube ich auch für die meisten Piraten und für die meisten Wähler und was glaube ich für die Piratenpartei auch ausschlaggebend ist deswegen bin ich ja auch natürlich ganz vor Wähler wenn er sagt Gerechtigkeit warum ist denn so ein Begriff der sowieso hochsubjektiv ist wo wir ja auch gemerkt haben es krachten hier und es liegen hier die Fetzen ja weil jeder hat der andere es ist halt so warum brauchen wir überhaupt sehr definitiv weil jeder von Arbeit eingesteckt hat aber warum brauchen wir so ein Grundsatzprogramm wo sich nachher jeder etwas anders untervorstellt und wo es eigentlich dann doch nur wieder interessant wird ja was ist denn das Konkrete was daraus folgen kann dann wurde es auch gerade so gefragt ja was hat das für einen Sinn denn da wenn ich da konkret weiß ich gar was soll ich damit probieren und das ist eigentlich wieder ich habe das schon lange gedacht jetzt komme ich wieder zu meinen Überzeugungen zurück eigentlich finde ich wir Piraten sondern wir sind Grundsatz geschwarten und uns möglichst zurückhalten und kommt dass wir ganz konkrete Punkte haben wo wir sagen das ist eine Reform in der Wirtschaft vielleicht nur kleiner Sektor oder so aber sich positiv für verschiedene Dinge auswirken und immer mit den Menschen die Ökonomie des Menschen für Selbstentwicklung des Menschen zu stellen aber dann haben wir doch unten die Ebene extra freigelassen für die ganzen Arbeitsgruppen innerhalb der Partei die Landesverbände das ist die Ebene wo dann im Grunde auch noch in Detail ausgetragen wird was passiert und damit du hattest die Infos ja genau nach was was ehrlich sagte das weglassen und hier war ein Wirtschaftsprogramm konkret alle Maßnahmen sollen auf ihr Wirkung vergriffen das ist ja entscheidend was passiert wenn ich in der oder an der Straube drehe und für mich eigentlich die Politik und Staat ist eigentlich dafür verantwortlich die Rahmenbedingungen das heißt Limits zu setzen wenn alles freigemacht worden ist wie das geschehen ist ohne Limit dann Fröder Spinner muss es zu Hause suchen und zu solchen Wirkungen dann mal führen man muss aber wirklich ganz klar sagen alles frei aber Geist nach oben da ist nach unten nach links nach rechts und in dem Rahmen bewegt man sich und das ist nach dem alles dann ist das ständig überbrücken weil das Leben ändert sich stimmen auch die Limits und dann muss man an den Limits noch etwas verursachen also ich bedanke mich von meiner Seite für die engagierte Diskussion auch für die Gegenregel und ja ich hoffe dass die irgendwie nach Bochum kommen und dass wir dann dort weiter diskutieren und dann sehen welche Ergebnisse die Stande kommen Ich wünsche mich absolut bedanken ich zeige es ab aber ich wünsche dir trotzdem noch mal du hattest Schluss aber ich wollte mich gemeldet ich wollte nur entspannt was sagen wir hatten am Samstag einen Workshop zu unserer UB-Wahn und da war ein sehr uns sehr zugeneigter mit dem Piraten sehr sozialisierender Parteienforscher und Gesellschaftsforscher nicht netter deswegen müssen wir uns alle gar nicht aufregen Programme sind für die Cuts insofern Das war aber nicht Franz Waller Nein Der war es nicht